Der Buddha hat immer gern Sachen übernommen, die er gut fand und hat sie dann integriert in seine Lehre. Oliver Petersen, Religionswissenschaftler und Meditationslehrer am tibetischen Zentrum in Hamburg. Er setzt die Übernahme von Elementen anderer Religionen schon bei Buddha selbst an. Als Beispiel nennt er die Meditationshaltung, den sogenannten Lotus-Sitz. Die Haltung übrigens der Beine hat er ja aus dem Hatha-Yoga übernommen, das es schon vor dem Buddhismus gab. Es ging ihm auch nicht darum, alles neu zu machen, sondern alle indischen Yogis verschiedener Religionen haben sich auch Mittel bedient, um den Körper, vor allem den feinstofflichen Körper, für die Meditation zu benutzen. Und das wissen wir ja heute, wie hilfreich Yoga offenbar ist. Im Laufe von 2500 Jahren sind bei der Ausbreitung des Buddhismus in Asien viele neue kultische Elemente anderer Religionen in die buddhistische Lehre eingeflossen. Schon im frühen indischen Buddhismus erhielten Hindu-Götter beispielsweise eine neue Funktion. Der Buddha selbst lehnte die Verehrung von Göttern ab, weil er sie als erlösungsbedürftig ansah. Doch bald nach seinem Tod entstanden Legenden über das Erwachen des Buddha, in denen er als einziger unter Menschen und Göttern gerühmt wurde, der die Erleuchtung aus eigener Kraft erreichte. Der Hamburger Professor für Indologie, Michael Zimmermann, fasst die Erzählung zusammen. Der Buddha ist erwacht und beschließt, er hat das Erwachen gefunden und will sich jetzt also zurückziehen. Und dann kommen zwei ganz wichtige Götter aus dem hinduistischen Pantheon und sagen, warte mal einen Moment, sag mal, willst du nicht doch noch lehren? Selbst wir, die wir so hohe Götter sind, verstehen nicht, wie man hier Erlösung finden kann. Aber du bist derjenige, der uns das sagen könnte. Also hier sieht man einen ganz raffinierten Schachzug des Buddhismus, sozusagen die etablierten Götterpersönlichkeiten des Hinduismus nimmt, seine eigenen Religionen irgendwie einordnet, in diesem Fall unterordnet und daran, denke ich, auf gute Art und Weise auch einen gewissen Prophet draus bezieht. Eine große Veränderung im Selbstverständnis des Buddhismus wurde im 2. und 3. Jahrhundert in Indien eingeleitet. Es geht um den innersten Kern des Menschen. Vermutlich hatte der Buddha die Idee einer unsterblichen Seele abgelehnt, damit seine Schüler nicht am Ich und der Selbstsucht hängenbleiben. So wurden die Buddhisten damals von anderen Religionsgemeinschaften als Ich-Leugner bezeichnet, was zunächst ein Alleinstellungsmerkmal war, sagt Michael Zimmermann. Später allerdings, das können Sie in der Geschichte des Buddhismus immer wieder sehen, ist es dann doch schwierig geworden, diese Idee eines Nichts selbst aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel in der Frage, wer wird denn dann oder was wird denn dann eigentlich wiedergeboren, wenn es nicht so einen Seelenkern gibt. Auch das Konzept des Karma blieb schwer verständlich mit dieser Idee vom Nicht-Ich. Woran sollten die Folgen von den Taten in nachfolgenden Inkarnationen festgemacht werden? Diese Fragen haben den Buddhismus eigentlich über Jahrhunderte bis heute noch ständig geplagt. Insofern gab es immer wieder Methoden, bewusst oder unbewusst, wo so eine Art Seele, wo so eine Art menschlicher Kern durch die Hintertür doch wieder auf die Bühne tritt. Eine dieser Möglichkeiten kann man eben sehen im dritten Jahrhundert nach christlicher Zeit, wo sich in Indien dann Schriften hervortun, die zu dem Thema Buddha-Naturstellung beziehen und auf sehr positive, gar nicht mehr seelenleugnerische Art und Weise sagen, ja, alle Lebewesen, Menschen, Tiere haben doch im Grunde die Buddha-Natur. Sie haben einen essentiellen Teil in sich, der sich von dem Teil eines Buddhas nicht unterscheidet. Diese Idee der Buddha-Natur, die allen Wesen gemeinsam sei, hat sich dann in Ostasien über China bis nach Tibet, Korea und Japan verbreitet. Übrigens hat der Buddhismus auch die Karma-Idee und die Vorstellung vom Kreislauf der Wiedergeburt aus den damals gängigen philosophischen Strömungen übernommen. Da geht man auch heute davon aus, Ideen wie Karman, Ideen wie die Wiedergeburt, dass das so eine Art panindisches Gedankengut geworden ist, die jetzt nicht vom Buddha kreiert worden sind, sondern die wahrscheinlich in der damaligen Zeit, und wir sprechen über das 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus, irgendwo gesamtindisches Erbe geworden ist. Einige Entwicklungen liegen noch im Dunkeln. Warum die Lehre von der Buddha-Natur attraktiver war als die Lehre vom Nicht-Ich, liegt auf der Hand. Die Betonung der Leerheit aller Dinge war eine schwere Kost für buddhistische Laienanhänger. Besonders in China und Japan hat sich daher die Lehre von der Buddha-Natur verbreitet. Nicht durch Zufall, meint Michael Zimmermann. Anscheinend ist die Lehre der Buddha-Natur in Ostasien auf ein viel fruchtbares Substrat gefallen, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass es ähnliche Denkansätze dort schon auch außerhalb des Buddhismus gab. Eine besondere Symbiose aus alter japanischer Spiritualität und altindischer Verehrung des Bodhisattvas des Mitgefühls ist in Japan entstanden. Bodhisattvas sind vorbildliche, auf dem Erleuchtungsweg fortgeschrittene Wesen. Kanon heißt der Bodhisattva des Mitgefühls in Japan, wo er durchweg als weibliche Gestalt abgebildet wird. In einigen Tempeln des japanischen Buddhismus wird diese Kanon-Figur regelmäßig gewaschen. Und zwar reiben die Gläubigen die Figur an den Stellen mit einem Schwamm, wo sie selbst Schmerzen haben. Diese Tradition zur Schmerzlinderung wird auch Waschkanon genannt, erläutert der Hamburger Religionswissenschaftler und Theologe Professor Ulrich Dehn. Auf japanisch Arai Kanon, wobei Kanon eben die Japanisierung der Sanskrit-Gottheit oder des Sanskrit-Bodhisattva Avalokiteshvara ist, der in Tibet ja auch eine große Rolle spielt. Und diese Übernahme in den Arai Kanon, in den Waschkanon hinein, ist eine Übernahme aus dem außerbuddhistischen Bereich, die wohl relativ früh passiert ist. Und es gibt in Tokio im Stadtteil Sugamo einen Tempel, der dem Waschkanon gewidmet ist. Bis heute ist dieser Kult sehr beliebt. In dem Tokioer Tempel stehen die Leute Schlange, um die Bodhisattva-Figur an den betroffenen Körperstellen zu waschen. Ulrich Dehn vermutet, dass mit diesem Kult die Menschen damals Buddhisten seien und trotzdem ihren alten japanischen Riten treu bleiben konnten, ohne als Heretiker zu gelten. Das war ja die Möglichkeit, wie der Buddhismus sich überhaupt verbreitet hat, dass er alle diese Kulte einfach inkorporiert hat und die Leute konnten das weitermachen, was sie vorher auch gemacht haben. In Japan haben die Regierungen im 11., 12. und 13. Jahrhundert den Shinto-Kult mit dem Buddhismus regelrecht zusammengeführt. Auf Shinto-Heiligtümern wurde ein Buddha-Schrein errichtet und umgekehrt. Vermutlich ist Japan auch das Land, in dem sich der Buddhismus am stärksten verändert hat. Im Zen-Buddhismus, der Elemente des chinesischen Taoismus aufgreift, geht es so weit, dass man sich von der Erkenntnis-Ebene verabschiedet, die einst das tragende Element war. Der Geist soll in der Meditation ganz leer werden. Es ist alles paradox und das Einzige, was uns weiterbringen kann, ist eben die absolute Destruktion sämtlicher Arten von Einsicht. Also keine Aufgaben lösen, sondern nur kapieren, dass alle Aufgaben dieser Welt unlösbar sind. Und das war eben der Versuch des Zen-Buddhismus, sozusagen das Erleuchtungserlebnis zu beschreiben und dann komplett leer zu werden. Und wenn er das schafft, dann ist die Erleuchtung da und die Erleuchtung kann eben ganz plötzlich kommen. Und das war ja der Unterschied zu anderen buddhistischen Schulen, die eher an das lebenslange Erarbeiten von Erleuchtung geglaubt haben. Und das war ja der Unterschied zu anderen.